Heyo und willkommen zurück to Perfect World, immer noch mit Pascal und Eka. Ja, hallo. Lekt. Nichts lekt, hier leckt nix. So, den Tiger. Oh, das ist voll erleuchtend, der hat so ne Augenbinde um. Der ist voll cool. Ich seh überhaupt nicht sein Gesicht. Ja doch, ich schon, der hat da irgendwie so n Kranz-Dingsbums hinter sich. Ist aber ganz schwer zu erkennen, irgendwie. Ich kann mal nicht mehr annehmen. Ich seh nur einen nicht. Ah, der hat so ne spezielle Schutzhülle um sich herum. Mhm. Ja, wer weiß. 14 kriege er zurückgebracht hat. Ah, 14 sind's mittlerweile. Unsterbliche haben auch Gefühle. Natürlich haben wir sterbliche Gefühle, ich bitte dich. Okay, wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Weg Hüterli. Auf zu Weg Hüterli. Kommt ihr mit? Ja, ich bin schon unterwegs. Ach, Eka läuft, okay. Ach Quatsch. Ich laufe. Ich laufe mal ganz altmodisch. Ich glaub mein Schwert. Hui. Ah, ich hab den Timer vergessen. Hu 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 hu. Ah, hast ja minus eine Minute oder so. Ja, so in etwa. Nicht schlimm. Oh, der sieht auch gut aus. Haha. Verstellt euch als Idioten und ihr werdet als Weise gerühmt, wenn ihr Erfolg habt. Verstellt euch als Verräter und ihr werdet für eure Fähigkeiten gerühmt, wenn ihr Erfolg habt. Okay? Schätzchen bist du hungrig. Schätzchen bist du hungrig? Sag mir nicht mehr wissen. Was? Was zum Hinker? Uh, ich bin jetzt... Oh. Ja, du musst als Kutsche da runter irgendwo. Pantoffelheld. Was ist das für ein Quest, man? Ich rufe euch dazu auf, nach Perfect World zu kommen. Pst, lass das bloß meine Frau nicht hören. Was ist das für ein Weichei, Mann? Verzeihung? Okay. Wie ne Kutsche. Los, wir müssen hier runter. Müssen wir nicht das an die Quest annehmen? Was? Oh, Tatsache. Ich hab doch so ein Dingszeichen. Oh. Haha. Bereit. Bereit. In Ordnung. Äh. Müssen wir zu dem? Keine Ahnung. Nein. Nochmal eskortieren. Wie eskortieren? Was? Jetzt können wir einfach die Mao-Hüter Schennen. Ja, genau. Mache ich da mal. Weite ich jetzt mal los. Weiter. Wie wir einfach als Kutsche hier durch die Gegend schlängern, ne? Ja, unlogisch. Genau. Sind das ja eigentlich Spieler? Äh, nein. Ich glaube nicht. Ja, ein paar Spieler sind dazwischen, aber das sind keine, die da, die Angreifenden sind jetzt keine Spieler, glaube ich. Schmerzmann. Ach ne, die Banditen werden angegriffen, oder wie? Ja. Ach, keine Ahnung. Vielleicht sind das ja Spieler, die dann auch einfach nur ihre Fähigkeit, sich zu drehen, einfach... Nein, 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 nein. Das machen die. Das sind keine Spieler. Ja, dann... Wirklich nicht, weil die sich hier über den ganzen Weg verteilen und alle die selber Attacken machen. Oh, ich bin keine Kutsche mehr. Ist das schlimm? Ne, glaube ich nicht. Und warum machen die das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ne, das sind aber Spieler, weil hier ist mit einer... einer Fraktion. Freiheit. Das sind aber nicht alle Spieler. Dann hat sich vielleicht einer dazwischen gepackt, oder so. Aber das sind auf jeden Fall... Soweit ich weiß, keine Spieler. Mario, Hüter, Chen. Wo ist mein Bruder? Weghüter. Ich hab keine Ahnung. Weghüter. Bei mir sieht man den grad gar nicht. Ja, bei mir hat man den auch nicht gesehen. Einfach an die Stelle anklicken und dann geht das schon. Den Back hatten ich beim letzten Mal auch schon. Also jetzt ist er da. Wieso denn beim letzten Mal? Ich dachte, du wärst nie bis weiter als das Portal gekommen. Ja, also ich meine... Ja. Schwierig, ja. Haha, wir haben dich durchschaut. Ja. Also ich hab nicht sehr weit gespielt. Ah. Ich bin auch Level 4. Ja. Okay. Okay, wir müssen hier in die komische Stadt rein. Hauptsache das sind gefallene Banditen, aber laufen hier noch quiclebendig rum. Vielleicht sind sie auch nur auf die Fresse gefallen. Haha. Oh, bitte falle! Oh, du tut mir aber leid. Hat du Aua gemacht. Haha. Ganz doll Aua. Oh. Nachtkirschendorf. Was fragt man denn so in der Nacht? Ich empfinde Befriedigung und das freut mich. Oh. 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 Habt ihr Probleme? Ich werde mein Bestes tun. Ah, ich hab keine... Danke. Ich fühl mich wunderbar. Ich helfe gerne anderen und werde euch nicht abweisen. Das freut mich. Danke. Thank you. Also... Irgendwie hat das Spiel auch was, ne? Bin ich jemandem aufgesessen? Also so langsam ist aber immer gut, oder? Ja. Da fahrt ihr bald gehen. Aber ihr müsst jetzt ja auch dabei sein. Oh, ach da hinten, ja. Die müssen wir auch annehmen, oder? Ja. Die hier. Ja, wir sollten alle annehmen am besten. Sind zwar irgendwie... Wir helfen den Dorfbewohnern. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Äh. Genau. Aus anderen Spielen. Richtig. Der Bettler ist wie ein Steuereintreiber, der euer Gewissen eintreibt. Das ist ja lustig ausgedrückt. Ihr braucht mir kein Geld geben. Ich bettel nur um Essen. Soll ich gerade keinen Hunger habe, braucht ihr mir auch kein Essen zu bringen. Warte, dass ich wieder hungrig bin. Okay. Kein Problem. Du bist ja echt cool drauf. Ja, ne? Ich bettel nur um Essen, aber hab keinen Hunger. Das ist auch logisch. Ja, okay. Mit dem Lesen ist jetzt so ne Sache. Okay, welche machen wir zuerst? Ach, oder sind die beide hier vorne? Keine Ahnung. Hier ist auch noch ne Quest bei Felina. Ah ja, genau. Diese fallenden Banditen, die sind ja direkt vor der Tür quasi. Und danach... Ach, scheiße. Ja, Felina. Entschuldigung. Was ist das denn für ein lustiger Plüschball? Was sind denn eigentlich diese blauen Quest? Das sind, glaube ich, wiederholbare. Oder irgendein... Ach ne, Quatsch. Das ist, äh... Die... Dieses kleine Vieh da. Das kann einen nach Perfect World teleportieren. Oder halt irgendwo anders hin. Das sind so Mini-Teleporter sozusagen. Ach so, okay. Warte mal, ich besuche den Blitzer. Mach den Blitzer. Ich mach die Blitzer-Tacke nicht. Bains. Ah, toll. Was? Die hauen ab. Warum macht er die Blitzer-Tacke nicht? Doch jetzt. Und? Skidush! Yeah! Alles klar. Ja. Richtig gut. Gut dann. Fliegen wir los. Jetzt kam die Katze-Bambus. Hahaha. Das hört sich gut an. Richtig. Auf zum Kamikaze-Bambus. Oh. In der Wonnenbucht. Ja, ja. Ich nehm jetzt die taktische Abkürzung. Die taktische Abkürzung. Ach, natürlich. Warum führt er uns um den kompletten Berg herum? Was ist das für das? Mhm. Das ist auch die taktische Abkürzung. Ja, ich nehm auch ne taktische Abkürzung. Ach. Einfach mal praktisch denken. Aber das Denken ist bei so nem Spiel immer so ne Sache, ne? Los. Kamikaze-Bambus. Haha. Und zack. Die Dinger muss man einsammeln, ne? Ja. Ja. Ach. Komm schon. Jetzt ist gut. Autorouting weg. Danke. Abgeschlossen. Hä? Hey. Achso. Okay. Äh. Ja, warte ganz kurz. Bei wem seid ihr denn jetzt? Bei wem? Hä? Wie meinst du bei wem? Achso, hier seid ihr. Ich hab alle Quels abgeschlossen. Achso, ja, hab ich auch. Gut, dann flieg ich jetzt zu Felina erstmal. Okay. Äh. Ich folge unauffällig. Ich auch. Mit diesen Flügeln. Mit diesen Flügeln bin ich auch voll unauffällig. Ja, ich weiß nicht was. Ach. Schreib wieder, schreiben die wieder in allen möglichen Sprachen hier unten rein, ey. Na, sollten wir vielleicht auch nochmal ändern, dass man so, keine Ahnung, Deutsch trennen kann und so. Ja, es ist ja eigentlich nur europäisch, hast du, äh gut, europäisch halt, ne? Ja. Das heißt auch. Ey, wenn die hier anfangen Französisch zu reden, ich warne euch. Ja. Okay. Zack. So. Abgegeben. Nächster. Oh, level up. Uh, dieser Bambus ist perfekt, vielen Dank. Das war mein Vergnügen. Das war mein Vergnügen. Guten Tag. Oh, level up! Der Gentleman. Jetzt bin ich erleichtert. Das ist fantastisch. Level up! Nein! Ich bin nicht level up! What? 99,1%. Fähigkeit erlernen. Glückwunsch zum Erreichen von Level 5. Ihr könnt zu einem Ältesten, um die Grundlagen über die Handwerksfähigkeiten zu hören. Ach, richtig, diese Handwerksfähigkeiten. Oh, richtig, diese Handwerksfähigkeiten. Da war ja was. Da war ja was. Ah, hier ist noch ne Quest wieder, ne? Bei diesem Coollingswein-Dingsbums. Richtig. Die geht automatisch. Fühlt ihr euch nicht zu viel, auch viel besser, nachdem ihr jemandem geholfen habt? Natürlich. Ich bin nun bereit, nach Perfect World zu gehen und den Leuten dort zu helfen. Dann viel Spaß dabei. Vielen Dank. Okay, jetzt hab ich keine Quest mehr. Hahaha. Doch, doch, muss man nochmal ansprechen, den Typen. Oder, ne, ne, äh, den Dingern. Ach doch, doch, Tatsache. Ja. Also die Quests kommen ja ein nach dem anderen. Ich mache mir wirklich Sorgen wegen den beiden. Ach so, die zwei Hüter, ja, okay. Haha. Ich dachte nur, meins uns. Haha. Haha. Bitte? Ich dachte nur, meins uns. Machen wir Sorgen. Haha. Nein, nein, nein. Ja, um euch werde ich mir auch manchmal Sorgen, aber so schlimm nicht. Völlig unbereit. Seid ihr schon auf dem Weg dahin? Ach nicht, ich bin auch hier und warte. Ich bin jetzt bei diesem Kawai-Hüter. Ja. Ja, den meine ich ja. Ich bin bei dem und warte dort. Danach geht es nämlich zu so einem Johan. Oh. Johan? Ja. Er wird aber anders geschrieben. Ja, ich weiß. Aber da steht trotzdem Johan. Ja. Ja. Hat Bi-Hüter gegenüber erwähnt, dass sie in Liebe eines Partners ewig andauern lassen. Aber auf eine dieser Klinik. Ja und so weiter. Aha. Sehr zweideutig. Mhm. Zwei dieser Puppen von Johan sind wir so. Ah ja. Okay, okay, okay. Wir sind und sterb hier ja. Mhm. Mhm. Okay, auch zu Johan. Alles klar. Auch zu Johan. Uhuhu. So. Äh, ich glaube, ich hoffe, dass Höhe 31 reicht. Ich gehe mal lieber auf 33 hoch. Ich bin 36 hoch. Wie geht ihr gut? Ich bin 46. Oh ja. Ja. Wer hat mehr zu bieten? Schreibt zu den Kommentaren. Nein, Quatsch. Denkt dran, es geht nur bis Höhe 70, also nicht übertreiben, Leute. 72, glaube ich. Ruhig. Jetzt seid ihr jetzt mal. Ach ja, jetzt müssen wir die. Ah, das ist diese Spezialquest, diese lustige. Oh. Das ist aber ne ganz komische Video. Das ist ein Scheiß. Das ist eine Die. Das ist eine Die. Ah. Hab auch gedacht, das wär ein Kerl. Aber na gut. Ja, also wir müssen uns jetzt, äh, eigentlich müssen wir uns jetzt küssen. Ah, ich versteh. Ja. Also los. Ja, das ist tatsächlich so. Du musst halt irgendwen finden und dann mit dem, warte kurz, ich fang, ich fang, Eka, bleib stehen. Ich bin ja hier. Das will ich sehen. So. Einmal auf Umarmen gehen. Und wenn er das jetzt annimmt. Da. Haben wir uns im Arm. Das geht aber natürlich nur mit verschiedenen Geschlechtern. So. Und jetzt müssen wir uns. Warte mal, warte mal. Ich brauche meine Privatsphäre. Hey. Mama Knutchen. Ja, Knutchen. Oh. 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 Ich verschirr nicht. Knutchen die irgendwie hier rum, ey. Das ist echt. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich hab die Quest gar nicht. Was? Ich hab da keine laufende Quest. Wie? Du hast die Quest nicht. Ich habe da keine laufende Quest. Und du warst nicht bei Johann? Doch, ich war bei Johann. Ich hab auch von ihr keine Quests mehr anzunehmen. Aber ich habe keine laufende Quest im Moment. Ich weiß nicht, was da los ist. Kein Problem. Ich glaube danach... Kannst du mich nicht immer tragen? Ich kann dich nicht tragen. Nein. Ach Kumika, du hast doch starke Arme. Das ist akkriminierend. Stimmt, wir haben keine laufende Quest mehr. Ja, keine Ahnung. Wir haben keine laufende Quest. Wir müssen mal die nächste suchen, nehme ich an, ne? Ja, das Problem ist nur, dass man von ihr normalerweise diese komische Quest bekommt. Ich weiß noch nicht, was auf einmal los ist. Was denn? Ich verstehe nicht, was... Hast du auch eine andere genommen? Ja. Oh. Er küsst sich munter durch die Weltgeschichte. Ich weiß schon, ich weiß schon, mein Freund. Das ist so geil. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen scheiße drauf. Okay, ähm, kleinen Moment, ich gehe mal auf Quest finden. Ach du Scheiße, nein, das ist was anderes. Scheiße. Das sind schon Quests von Perfect World, die wir hier suchen können, aber das ist nichts hier. Hier. Das ist doch scheiße. Normalerweise kriegt man doch die Quest von der jetzt. Mann. Aber was? Vor allem haben wir keine mehr, die wir annehmen können gerade. Ist das ne Quest? Das ist eigentlich ne Quest, ja. Neu. Aber irgendwie... Ich weiß nicht. Kann man die gerade nicht machen? Ich hab sie auch nicht. Das ist ja die Scheiße. Also ich muss jetzt jemanden küssen. Boah. Guck mal, was da unten im Chat steht. Moin aussi. Was denn? Die fangen ja im Französisch zu babbeln. Was? Ach. Ich kann überhaupt kein Französisch lesen. Besonders, ja. Okay, irgendwie müssen wir jetzt entweder unten in die... Vielleicht müssen wir nochmal unten in die Stadt? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall müssen wir irgendwo ne Quest finden. Es muss doch irgendwo weitergehen. Also bei mir unten ist hier so ein Symbol, wo ich mich küssen muss. Ah, du hast dich doch schon geküsst und du hast das Symbol immer noch. Ja, aber ich hab nie volle Quest. Oder wir hatten die Quest und haben sie damit jetzt quasi abgeschlossen. Ich weiß es nicht. Ich hab darauf auch gerade gar nicht geachtet, muss ich zugeben. Wir haben sie damit abgeschlossen. Ja, haben wir. Aber jetzt haben wir keine laufenden Quests mehr. Wir müssen schon jetzt wieder welche finden, ne? Boah, ich suche ja schon gerade in der Stadt. Ich stehe umarmt. Zuerst eure Liebe. Bleib mal stehen. Wer? Du. Ich, warum? Dann kann ich die umarmen. Damit ich die Quest abschließen kann. Achso, ich dachte, das hättest du mit der anderen da schon gemacht. Hab mich auch gedacht. Das war voll der Quest. Sehr schön, da wolltest du einfach mal ausprobieren. Ja. Ja. Ich hab jetzt nicht gewusst, dass ich, äh, äh, ne Quest ist. Uhu. 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 Oh, jetzt hast du den Mund weg. Ja, siehste. Jetzt war fertig. Ich bleib dann jetzt einfach mal in deinen Armen. Lass mich von dir tragen. Du kannst mit mir übrigens auch fliegen, ne? Mit mir aufm Arm. Echt? Ja. Du kannst mich jetzt quasi durch die Gegend tragen. Cool. Kannst mich zur nächsten Quest tragen. Das Blöde ist nur, wenn man jetzt auf Absetzen geht, falle ich einfach ins Nichts. Das heißt, wenn du so auf Höhe 70 ungefähr bist. Entschuldigung, ich hab dich jetzt wieder verlassen. Nein. Dann lässt du mich einfach mal so von Höhe 70 einfach fallen, wie so nen nassen Sack. Warum hast du keine Quest mehr? Wir haben jetzt keine Quest mehr. Ika, hast du schon irgendwas gefunden? Mhm. Ich hab die Quest jetzt abgeschlossen. Jetzt haben wir nix mehr. Aber wir haben, wir können doch nicht alle Hüter gefunden haben. Der hat doch auch von irgendwelchen zwei noch geredet. In der Stadt ist nix. Ja, anscheinend nicht. Vielleicht müssen wir nochmal hoch zu diesem komischen Tiger zurück. Ich flieg gerade in eine andere Richtung. Einer kann ja mal zu dem Tiger zurückkehren. Wie lange geht denn die Aufnahmesession noch? Wir sind jetzt bei 16 Minuten. Ja, dann haben wir noch vier Minuten eine Quest zu finden. Ich flieg mal zum Tiger hoch. Ja, okay. Alles klar. Ich guck mal kurz auf der Hügel des Erwachens. Hm. Also bei Quest finden, da steht schon... Ja, das ist aber leider alles für Perfect World schon. Das ist leider nichts für ihr. Das ist das? Ja, ne? Ja, weil da Ältester und Handwerker und keine Ahnung, wie der ganze Kram steht. Das sind alles schon die Quest-Themen in Perfect World. Hä? Wenn man die Tutorial-Inseln hier fertig hat. Genau. Nicht? Okay. Hier läuft ein NPC durch die Gegend. Auf einem Esel! Fahrer! Genau. Oh! Oh, Bohemia! Oh! Das ist ne... 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 Eine Fraktion, die so heißt. Ich hab hier noch ne... Noch ne Quest, die wir annehmen können. Ah. Super. Na, von nem Händler. Hier oben ist das irgendwo auf so nem komischen Hügel. Ja, ich seh' nicht auf der Karte, ich bin unterwegs. In Ordnung. Was ist denn das eigentlich? Ach nein, nein, hat sich erledigt. Das sind so... So, okay dann. Ach, scheiße. Dann flieg ich noch mal zum Tiger hoch. Ob ich da was sehe. Ja, ansonsten verenden wir das jetzt und suchen, bevor wir die nächste Mal starten, einen Questgeber. Würde ich sagen. Ja, das wäre vielleicht am sinnlichsten, ne? Richtig. Bevor wir jetzt hier die ganze Zeit ziellos durch die Gegend irren und irgendwelche Questgeber suchen. Ja. Also hier, dieser Weghüter-Lie, der hat noch ne blaue Quest. Ja, das ist aber nur... Blau und süßlich so. Wenn du dir das mal durchliest, dann wird das wahrscheinlich nur das sein, dass man sich wieder in diese komische Kutsche transformieren kann. Ja, weiß nicht. Und der Weghüter... also der Tiger hat nix mehr, das ist gelb. Okay, dann mach ich hier aber zumindest mal so einen kleinen Cut. Ja, mach ich auch. Ja. Ja.